Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schneuer, Pater, AdWords, Dingscoach und Psychologe. Ja, eigentlich rund um die Themen, Dating, Zee und Liebe, aber interessiert mich halt auch ja, für dieses Grenzgebiet zwischen Spiritualität und Psychologie offensichtlich. Ah, jetzt kommt die Katze hier wieder. So, ja und deshalb, ja Katze ist noch wieder am Start hier, rede ich, ist der zweite Teil von meinem ersten Video über, ja, Abgründe der Geschichte rund um Teal Sworn, eine, ja, doch der, würde ich mal sagen, bekanntesten oder sehr bekannten weltweiten spirituellen Influencerin, ist jetzt nichts gegen Spiritualität, sage ich mal nur, was man in diesem Bereich halt viel sieht, dass sich da wirklich viel Dunkles betummelt und gerade zu diesem Bereich so ohne, Leute ohne Ausbildung auf Social Media und, boah und, also was ich da gesehen habe jetzt nochmal, es ist einfach so schlimm, es ist so schlimm, also ich finde, wenn du als erstes auf dieses Video kommst, guck dir das erste dazu auch nochmal an, verlinke ich hier auch nochmal drunter und es ist einfach krass. Also ich muss nochmal dazu sagen, ich reagiere vor allen Dingen auf eine Dokumentation, die läuft im amerikanischen Internet offensichtlich hauptsächlich, habe zumindest irgendwo anders gefunden, läuft auf Hulu und amerikanischen Disney und ja, ist Dokumentation, die ja ganz eng, also es ist wirklich so filmmäßig ganz krass gefilmt, ganz nah, also sie durften das natürlich auch und das ist schon irgendwie total irritierend, dass diese Teal Sworn nicht das hat kommen sehen, wenn das alles gefilmt wird, dass es vielleicht einen denkbar schlechten Eindruck macht, dass es schon irgendwie so ein Verlust von Realität, den ich gar nicht glauben kann so und es wird heute weiter um die Frage gehen, ist es so ein bisschen sektenmäßig bei ihr, ein bisschen kultmäßig und was macht sie da eigentlich für eine Arbeit ohne Ausbildung und ich denke, was man wirklich, vielleicht werde ich das verstehen, was man wirklich sagen muss, ist zumindest mein Eindruck, dieser innere Kreis, den sie hat, das ist ganz klar sektenmäßig, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, ich reagiere auf diese Doku, hatten halt immer so ein paar Unsicherheitsfaktoren, dass man natürlich nicht hundertprozentig weiß, wie das entstanden ist, das Filmmaterial, aber es ist einfach so, finde ich jetzt eindeutig, ja und es ist halt draußen und es gibt eben auch von Teals Sworn selber engagiert so eine Art Ermittlerin, die ermitteln soll, ob das ein Kult ist, ob es ein Sekt ist und ja, es wird zumindest angedeutet, dass sie wohl auch zu dem Beschluss kommt, irgendwie was diesen inneren Kreis angeht, ist das alles andere als sauber und ja, diesen Bericht dieser Ermittlerin scheint aber auch scheint nicht veröffentlicht worden zu sein, also man sieht da am Schluss, wie sie drüber lacht, wie ihr Bericht wohl irgendwie eingegraben wird und ja, scheint wohl auch tatsächlich passiert zu sein. Ich weise auch gerne hin auf Teals Sworn YouTube-Kanal, wo sie zu jeder Folge Stellung bezieht, das sind halt vier Folgen, diese Doku, aber im Endeffekt ist es das, was man auch schon aus dem Trash-TV kommt, kennt, wenn Leute da drin sind und benehmen sich daneben und das ja hinterher sagen, ist alles verschnitten worden, das ist, was sie da auch sagt und es ist schon ein bisschen skurril, also ganz ehrlich. Ja, also gehen wir es nochmal durch, also ich habe jetzt nach den ersten anderthalb, jetzt die letzten zweieinhalb Folgen geguckt und es ist einfach so derartig verstörend, also wie gesagt, die Folge heißt The Deep End, das tiefe Ende, ich habe sie bisher nicht gefunden im Deutschen, vielleicht kommt sie da noch, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, also auch wenn euch nicht so viel Teals Sworn interessiert, es ist wirklich wie so eine True Crime Doku, sage ich mal, es ist, also ich bin richtig verstört, ich habe richtig Gänsehaut, also wirklich, ja, also was sehen wir da, erstmal sehen wir da wieder so eine Szene, wie sie, ist auch ein bisschen unklar, was ist die Funktion von diesen Leuten im inneren Kreis, weil einerseits arbeiten die für sie offensichtlich ohne richtiges Einkommen, alles dreht sich um sie, andererseits macht sie mit denen, in Anführungsstrichen, Therapie, ja, auch schon eine ganz krude Vermischung und ja, man sieht, wie sie da mit jemand arbeitet und ja, wie das dann immer so ist, gibt es dir eben so ein ziemlich hartes Feedback, das ist schon so ein, wird heute wieder ein bisschen länger, wieder so ein Grundproblem, also natürlich ist so, wenn du irgendwie Beratung machst, Therapie machst, wenn du Gruppentherapie machst, ja, das ist manchmal so, dass man, man will Leuten ja auch die Wahrnehmung erweitern und bietet dann vielleicht eine Deutung an oder bietet vielleicht irgendwie, dass man sagt an, auf mich wirkst du so und so und das kann auch mal so ein bisschen sportlich sein, sag ich mal, ne, sportlich oder auch mal, ja, dass man so ein bisschen, okay, was, so werde ich hier gesehen und das kann auch mal krass sein, ich finde, das gehört auch zu Gruppentherapie dazu und das, das sieht man da auch, dass sie eben so ein, sagt irgendwie, boah, wie du denkst, das ist irgendwie total chaotisch so, ähm, kann man auch sagen, ja, okay, nur sie macht das einfach auf so eine Art, die ist teilweise so krass, dass ich das grenzüberschreitend finde, ne, mich erinnert das an, ich war mal, ähm, auf dem genialen Kongress 1994, Evolution of Psychotherapy, da habe ich noch diese ganzen alten Haudegen gesehen, äh, die es damals weltweit gab, super geiler Kongress und da war Alexander Lohen, ne, so einer der Urväter der Körperabsolütherapie, total beeindruckender Typ, ne, super Ausstrahlung, äh, dann hat er mal auf der Bühne da, ich meine, das war 1994, ne, das ist echt, also, noch krass viele andere Sachen möglich, äh, was heute gar nicht mehr denkbar wäre, äh, ja, ist da jemand den Unterhosen auf der Bühne rumgeturnt, hat sich in der Übung, also als Klient, musste da Sachen vormachen, äh, irgendwie so, ist das ausgewählt worden, äh, oder hat sich bereitgestellt aus dem Publikum und hat Lohen mit ihm gearbeitet und dann, ähm, ja, dann sagt er irgendwann, äh, ja, du hast ein Papi-Thema, so, ne, äh, kann ich sehen an deinem Körper und dann sagt, sagt er so, nee, ich hab kein Papi-Thema, ich hab ein total super Verhältnis mit meinem Vater und dann sagt Lohen, äh, ja, das ist der Grund, warum du Psychotherapie machen musst, ne, also total übergriffig, ne, und so diese Art sieht man bei ihr auch, dass sie Leuten irgendwas unterstellt, irgendwie, ich würde mal sagen, wirklich projiziert, ihren eigenen Scheiß auf ihre Klienten da, äh, projiziert und wenn die dann sagen, nee, hab ich nichts mit zu tun, äh, dann kriegen sie noch Ärger so und das ist natürlich wirklich, muss ich einfach ganz klar sagen, missbräuchlich, äh, nicht in Ordnung und, äh, du musst den Leuten ja die Chance geben, denen du arbeitest, die sagen, äh, also das ist rein ethisch, ne, catch mich jetzt nicht, kann ich nicht fühlen, ich hatte nur super Kinder, da kannst du nicht immer sagen, das ist Widerstand, stimmt nicht, das ist einfach Bullshit irgendwie, ne, ja, also das war, aber das ging noch so und dann sagt sie dieser Typ halt, ja, vielleicht wäre er auch nur da, weil er so sexuell zu ihr angezogen fühlen würde und das ist ja auch, wo Teelshorn viel mit arbeitet, äh, ich meine, ob sie jetzt gut aussieht oder nicht, muss sie da für sich selber, aber ich finde schon, dass sie sich immer sehr körperlich, äh, präsentiert und auch, äh, ich hab auch mal so ein Video gesehen, wo sie sagt, also ich, die, äh, das Sexuelle tröpfelt formlich aus mir raus und also finde schon, dass sie, dass sie in den Vordergrund stellt, äh, insofern, dass da mal jemand sowas sagt, äh, auch wirklich, äh, keine besondere Situation, ähm, wo, ja, mal eine Antwort drauf haben sollte als Gruppenleiter, mach ich mal und auch da, äh, wirklich, letzten Endes irgendwo auch eine Alltagssituation, äh, geht, da geht sie völlig aus dem Leim, ist, äh, muss dann erst mal diesen Blake anrufen und oh Gott, da ist schon wieder jemand, der mich, äh, hot findet, was mach ich denn jetzt und dann kann er gar nicht mit umgehen und wo ich so denke, das kann ja nicht wahr sein, wenn, wenn du die Leute an dich ranholst, wenn du damit spielst, wenn du, äh, ja, und sowas, äh, ja, mach halt vorkommen und, äh, dann versucht man da irgendeinen Umgang mit zu finden, aber ist nicht, äh, flippt nicht aus und rastet nicht aus, weil das sowas Unerhörtes ist, ne, also das kann ich schon irgendwie, ach, fand ich schon total, äh, verstörend. Und dann sieht man sie, wie sie so arbeitet mit so einer Art von Familienstellen, sollte man ohne Ausbildung auch nicht machen, das sind einfach heftige Übungen, also ja, das kann mal Erkenntnisse bringen, aber das sage ich ja auch schon immer, man sollte sowas machen im Rahmen einer psych, laufenden Psychotherapie oder manchmal auch Beratung oder ich weiß es nicht, ähm, weil, äh, wahrscheinlich besser Psychotherapie, weil es muss aufgefangen werden und das muss auch in so einen Rahmen gestellt werden, weil du kannst nicht was in so einer, so in der Hitze von so einem Familienstellen, also wo du so deine Familienmitglieder, äh, aufstellen lässt mit einer Person, was da passiert, das kannst du nicht einfach für bare Münzen nehmen, so, ne, sorry, das ist einfach, äh, unseriös. Und sie, sie mischt das dann noch so mit Channeling, dass sie dann sagt, nee, wir spielen nicht nur, als wenn du da gerade deine Familienmitglieder aufstellst, sondern, ja, die sind wirklich da, die werden gechannelt, auch ob die jetzt tot sind, lebendig sind, ähm, ja, die sind wirklich da und das fuckt natürlich den Mind, der, also, ich bin nicht wundern, wenn da bei Leuten wirklich psychotisch werden mal sowas, weil das so ein derartiger Mindfuck ist, ohne jede Basis und, ähm, ja, also wie gesagt, auch meinetwegen, äh, Channeln kann man, kann man mal ausprobieren, kann man, aber man muss ja immer so einen Realitätsbezug haben, letztlich besucht man die Autorität, kann ich dann mit was anfangen oder kann ich dann mit nichts anfangen, so, ne, und du kannst dich nicht einfach da hinstellen, ja, das ist jetzt so und, äh, alles vermischen und das mit diesen labilen Leuten, ey, also, und dann vor allen Dingen noch diese Infos, die dabei rauskommen für bare Münze nehmen, ne, also das, ähm, ja, geht gar nicht, meiner Ansicht nach, dann sieht man, ähm, ja, das ist ja auch, was ich auch sehr ablehne, immer diese Art hat, immer diese Eltern zu beschuldigen, die Eltern sind an allem schuld, immer sind andere schuld, das ist ja, auch in den ganzen vier Folgen sieht man nicht einen Punkt, wo sie zuvor mal sagt, ja, vielleicht habe ich das nicht gut gemacht oder, ähm, ja, vielleicht soll ich das anders machen oder, sondern es macht, das ist ja immer für mich sicheres Zeichen für Toxic, wenn jemand sagt, kein Fehler an mir, ich mache nichts falsch, immer sind die anderen schuld, das sehen wir, ist überall das Gleiche, ob jetzt berühmte Menschen, nicht berühmte Menschen. Und außerdem redet sie ständig über ihre eigene Story, so, das habe ich ja auch im ersten Video schon gesagt, ich weiß es nicht, was davon stimmt, was sie sagt, was sie erlebt hat, das sind so Sachen, die man hier wirklich, äh, nicht mal ansatzweise erzählen kann im YouTube-Video, völlig verstörend, äh, und so, auf so eine Art verstörend, dass man sich wirklich fragt, wie kann das, sorry, das ist kaum zu glauben, aber okay, macht sein, ähm, aber es ist sicherlich kein, äh, guter therapeutischer Weg, dass, äh, also man kann sicherlich mal Anspielungen machen und kann, äh, so ganz konzentriert mal einsetzen, okay, in meinem Leben habe ich vielleicht auch die Challenge und ich habe das so und so bewältigt und ist das eine Hilfe für dich jetzt so, ne, also das kann man sich eigentlich mal ganz kontrolliert machen in so einem Gruppenprozess, äh, irgendwie oder auch mal was, äh, in wenigen Stellen vielleicht mal wirklich ganz konzentriert irgendwas Persönliches einbringen, aber du redest nicht die ganze verfickte Zeit über deine eigene Story, deine eigene Kindheit und stellt sich da total in den Mittelpunkt, ist, glaube ich, äh, nicht so gut. Ja, dann sieht man so einen Aussteiger, der von dieser Ermittlerin, äh, äh, interviewt wird und, äh, also das war schon völlig verstörend, also wieder Trägerwarnung, wir reden wirklich über schlimme Sachen jetzt hier, wir reden über Grenzüberschritte, äh, gruselige therapeutische Techniken, also wenn ihr da irgendwie empfindlich seid, hört es einfach nicht weiter an, das Video, also ganz klare Trägerwarnung und, ähm, ja, also ich sage, das sage ich wirklich selten, aber das ist einfach völlig haarsträumend, also, okay, habe ich jetzt gesagt, ähm, und zwar, äh, sagt er dann, dass er auch in so einem Diskurs mit Thiel gewesen wäre und hat dann gesagt, überhaupt schon dieser Name Thiel Swann, also Schwan ist natürlich auch ein Kunstname, das ist schon irgendwie, äh, okay, lassen wir das, ähm, und zwar sagt er dann, ja, dass er irgendwas gesagt hätte und Thiel hätte gesagt, nee, du lügst, ne, und er hätte gesagt, nein, ich lüge nicht und dann hat sie ihm, das ist auch, was ich eben gesagt habe, dieses Unterstellen von irgendwas und dann sagt sie auch noch, ich bin Medium, ich habe ein IQ von 170, ich bin halb außerirdisch, äh, also mit anderen Worten, ich bin die Autorität, auch wenn sie da ständig, äh, wenn man sie da ständig versagen sieht, irgendwie in dieser Doku, äh, in dem, was sie macht, ähm, trotzdem wie gesagt, habe ich auch schon erst mal gesagt, kann sie ganz vielen Menschen trotzdem geholfen haben, die haben sich vielleicht jedes rausgezogen, also gerade, man muss das denke ich auch trennen, was sie da mit den Leuten persönlich macht und, ähm, wie sie vielleicht mit manchen YouTube-Videos, äh, Menschen geholfen hat, das kann auch alles sein, äh, die Videos sind auch, sag ich auch nochmal, einige von denen sind wirklich gut, manche verstehe ich nicht so, ähm, aber ich denke, das muss man gleich ein bisschen trennen so auch, ne, äh, trotzdem weiß ich nicht, ob ich mir jemals wieder ein Video von ihr angucken kann, was ich da gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, okay, also, äh, sie sagt dann, er lügt irgendwie und der endet dann damit, wie das auch immer dann kommt, dann zeigt er seine Hand und dann steht da, tätowiert drauf, is it true, auf der Handinnenfläche, ein Tattoo, is it true, also ist es wahr, ne, Leute, das ist so verstört, es ist so fucking verstört, ey, also, ich meine, dass man auch mit so einem Tattoo endet bei sowas und dann auch noch, ich meine, weiß nicht, ob ihr schon mal habt, tätowieren lassen, Handinnenfläche ist ungefähr das Schlimmste, was es gibt und grausam, also, ich habe mich sowieso gefragt, hat die einen Spaß am Schmerz von einem Menschen, also, für mich wirkt, manches wirklich, ist nur Wirkung auf mich wirklich regelrecht sadistisch, muss ich wirklich sagen, ne, ja, ähm, ja, dann, äh, kommt so mit das Verstörendste, muss ich sagen, äh, dann sieht man jemand, der natürlich auch wieder mit diesem, zieht ja viel diese Leute an, die so ein bisschen Lust am Leben verloren haben, wenn euch das, der Anträger das Thema, ne, wisst ihr ja, kann sich immer Telefonsäge, wenn, könnt jederzeit, äh, also, wenn ihr damit zu tun habt, wendet euch an Stellen, es gibt, kann sich an jede Ambulanz wenden und so weiter, sag ich jetzt einfach nur nochmal, äh, also, Krankenhausambulanz, Haushalts, überall, es gibt Hilfe dafür, ne, einmal gesagt jetzt, äh, aber gut, da geht sich wieder um jemand, der, äh, auch damit Themen hat, ne, so ein bisschen Lust am Leben verloren hat und sie ist dann in dieser Gruppe da bei ihr und, ja, dann geht es so in die Richtung, dass eben auch mal so ein bisschen Kritik gezeigt wird, so, ne, und einmal, ähm, sieht man da jemand, dem, ja, eingeredet wird, dass, ähm, ja, seine Eltern ihn überhaupt nicht geliebt haben, so, ne, er sagt aber, hey, die haben mich aber, äh, geliebt irgendwie so und, äh, das war halt auch jemand, der, ja, scheinbar mit diesem Thema, ähm, ja, ich, was ein bisschen Lust am Leben verloren zu tun hat irgendwie und, ähm, ja, dann wird dir halt eingeredet, äh, deine Eltern sind nicht, äh, gut für dich irgendwie und du musst da irgendwie Kontakt abbrechen und das führt natürlich dazu, dass diese Person, die macht das dann und, ähm, und wird dann natürlich noch, ähm, depressiver, äh, oh Gott, das ist wirklich so schlimm irgendwie so, also das, ich meine, natürlich gibt es Eltern, die einem nicht gut tun, aber du kannst das, du kannst da als Berater, Therapeut kannst die einfach da hingehen und kannst sagen, das ist so, sondern das wird irgendwie erforscht, das werden Vorschläge gemacht und dann entscheidet der Klient, der Patient, aber du kannst dich nicht da hinstellen und kannst sagen, ey, das ist jetzt so, auch wenn du sagst, du findest die gut, deine Eltern, nee, weg damit und ach, dir geht es jetzt noch schlechter, äh, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, irgendwie, also total schlimm. Dann sieht man jemand anderes, äh, die wird dann auch länger gezeigt, ähm, die sie auch, äh, ich meine, das, vielleicht war es sogar die gleiche, das weiß ich gar nicht mehr genau, die dann sagt, ey, deine Ratschläge, die du mir gegeben hast, die hat damit zugeführt, dass es mir jetzt noch viel schlechter geht und finde ich scheiße, irgendwie so, ne, und, äh, und dann sagt Thiel Swan wirklich eiskalt, äh, ja, sorry, du lebst ein unauthentisches Leben, das heißt, du wirst in diesem Moment, wo du sie kritisierst, ähm, kriegst du noch mehr einen auf die Fresse, ne, es ist wirklich ethisch so daneben, es ist so dunkel und das, das riecht mich mal so auf, wenn Leute so sagen, sie sind so spirituell und gibt's ja, ne, und dann guckt dir jemand wegen Dalai Lama an, ähm, ja, der ist wirklich, äh, trotz seiner Berühmtheit ist der, ähm, ja, macht sich nicht groß, sagt das ganz normaler Mönch und so, da siehst du das eben auch nicht so, ne, das geht ja nicht immer damit einher, ne, aber bei ihr, sie wird mal einmal kritisiert und dann, bumms, äh, kriegst du so die Quittung, ne, und das mit Leuten, denen es so schlecht geht, also das finde ich wirklich so ekelhaft, sag ich ganz ehrlich, ne, ja, äh, dann sagt, äh, diejenigen, die das jetzt betroffen hat, Bullshit, fand ich total gut, also setzt sich so richtig, äh, dagegen, ihr Leben wird nicht besser, sie wird sich mal schlechter gehen irgendwie und dann letztlich dreht sich wieder alles um Thiel Swan dann so, ne, und, ähm, und das wird dann alles so als, als Widerstand abgetan, was sie da macht, anstatt dass sie wirklich mal sagt, oh, scheiße, ist das jetzt nicht gut, was macht man jetzt, oder, ähm, ja, vielleicht gehst du mit deinem Thema mal, äh, in eine professionelle Einrichtung oder, äh, Klinik oder ich weiß nicht was, aber das ist ja das Problem, dass Thiel Swan sich für überlegen hält und das alles ablehnt und ihr ist es natürlich das Beste, da kannst du natürlich jemanden auch nicht woanders hinschicken, das heißt auch mit dieser Situation, die natürlich auch in anderen Gruppen passieren können, das ist ja mein Vorwurf immer, dass du mit so Situationen, die passieren, dass die da überhaupt keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen soll, äh, ja, weil sie keine fucking Ausbildung hatte, äh, ja, und sie wirkt dann häufig in der Situation auch wirklich sehr kalt und kontrollierend, also das ist schon wirklich echt schlimm, ja, ähm, dann, äh, greift sie sie weiter an, Thiel Swan, also diese Klientin und sagt, du bist, äh, so eine verwirrende Person, spielst, äh, Spiele mit mir, also, wirklich, das ist, äh, es ist so schlimm und stellt sich überhaupt nicht in Frage und, ach, also es ist wirklich, ähm, krass, äh, äh, gut, dann geht das mal wieder, äh, zur Seite, da kommen wir gleich nochmal zu, ich mach's jetzt mal so ein bisschen in der zeitlichen Reihenfolge, wie das da auch in der Doku ist, dann sieht man wieder diese Ermittlerin, die dann auf so eine Liste gestoßen ist von Non-Negotiables, ne, also, äh, nicht verhandelbare Sachen, wenn die, du beachten musst, so eine lange Liste, wenn du in Thiel Swans innere Gruppe reingehst, ne, jetzt muss man natürlich, ich versuche ja fair zu sein, muss man natürlich fair sein, wenn du Leute einlädst, bei dir zu wohnen, Klienten, das ist sowieso schon so, äh, ja, ja, da wird man vielleicht, das ist an sich schon völlig irrsinnige Idee und, ähm, ja, da wirst du vielleicht Grenzen brauchen, ja, aber warum brauchst du die, weil das natürlich einfach so eine absolut irrsinnige Idee ist, nur diese Grenzen gehen dann so weit, also, da, äh, da steht dann im Grunde genommen, wird dann noch ein paar Sachen vorgelesen, alles dreht sich um Thiel, ne, also musst deine persönlichen Sachen, musst du, wird zwar immer so ein bisschen gesagt, dieser Missionen hinten anstellen, weil letztlich geht's um Thiel, ne, sollst du hier einfach unterordnen und deine persönlichen Sachen hinten anstellen und, ja, da werden auch wirklich Leute ausgenutzt, glaube ich, äh, die sich dann auf sowas einlassen und dann vielleicht von diesem persönlichen Kontakt irgendeine Erleuchtung sich versprechen, ich weiß es nicht, also, ja, und dann, äh, dieser Mittleren ist ja auch engagiert da, äh, jetzt nicht, also von eben, von dem Thiel Swans, äh, Manager, glaube ich, und die sagt dann so, boah, ich hab hier echt ein Problem, ich soll rauskriegen, ob ihr eine Sekte seid und diese Liste, die ich hier sehe, die ist so, Sekte ja, Sekte ja, Sekte ja, Sekte ja, Sekte ja, oh Gott, das ist so schlimm, ey, und da sind natürlich alle so, oh Gott, ne, wirklich, äh, wie kann das Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann geht's wieder zurück zu dieser Klientin, äh, die wir, wo ich eben schon gesagt hab, die sie gesagt hab, oh, mir geht's immer schlechter, die sich auch dagegen gewehrt hat und dann sieht man, ach, das, also das war wirklich das Schlimmste, ist jetzt echt triggernd, ähm, dann wird ihr gesagt, okay, du hast so ungefähr, du bist hier echt ein schwerer Fall, dann müssen wir jetzt mal härtere Geschütze auffahren, du musst jetzt mal Wasseratmung machen, so, ne, mhm, so, und dann sieht man, man ist auch krass gefilmt, dann sieht man sie so in so einem Becken liegen auf dem Rücken, so gerade die Nase über Wasser und dann sieht man so Thiel Swans so ein Kommando geben und das ist wirklich ohne Scheiß, das sieht wirklich aus, wie wenn jemand so einen Erschießungsbefehl gibt, also sie, also ganz, aber gut, man weiß auch nicht, wie es gefilmt ist, aber okay. Okay, und was die dann machen, sieht für mich aus wie, äh, Waterboarding, ne, sorry, das ist, also sie wird einfach, äh, immer wieder unter Wasser gedrückt und, also wird auch gar nicht dokumentiert, also beschrieben, was das sein soll jetzt, also man sieht nur, sie wird immer wieder unter Wasser gedrückt, es struggelt natürlich damit und dann ist das wie, ich weiß nicht, ob ihr mal, äh, der große Bruder gelesen habt, äh, dieses Buch, ähm, äh, nee, 1984, also 1984 mit dem großen Bruder, wie das ausgeht. Und, äh, und dann kommt sie völlig, äh, halb ohnmächtig aus dem Wasser völlig fertig, dann beugt sich Thiel Swans über sie und dann sagt diese, äh, Klientin, ich liebe dich, weil sie, ja, so, also ich habe das so erlebt, ja, du hast vielleicht das Gefühl, boah, ich sterbe hier fast und, äh, und werde dann so aus dem Wasser gerettet und dann ist man wahrscheinlich, das ist wirklich so, ähm, äh, Stockholm-Syndrom in und dann sieht man ein Interview mit Thiel Swans und dieser, äh, Ermittlerin, wo die Ermittlerin ihr dann vorhält diese Liste, na, hier alles muss sich um dich drehen und, äh, so und so und, äh, und, äh, Thiel Swans, die dann komplett Gaslighter und sagt, na, das ist alles, das ist ja immer so, ne, ist nicht so, hab ich nicht. Und dann sagt die Ermittlerin, dann dreht sich nicht alles um dich hier in dieser Geschichte, bist du nicht die oberste Instanz, was sie ja wirklich die ganzen Folgen ständig vorher sagt und dann sagt, äh, Thiel Swans, äh, nee, ich bin nicht die oberste Instanz, nein, 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 das ist alles völlig falsch verstanden, also, äh, und ja, die Leute, die da hinkommen, dürften halt keine Work-Life-Balance erwarten, ist ja auch schon, äh, Grenzverletzung, finde ich, also dürften nicht erwarten, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, für sie arbeiten, um sonst wo möglich, aller, aller Voraussicht nach, äh, und dann noch womöglich Freizeit haben, nein, das ist natürlich, du musst, dein ganzes Leben musst du natürlich dieser Mission und Thiel Swans, äh, widmen und man sieht dann auch, dass alle, ähm, ja, dass alle da auch wirklich sehr, was ja jetzt nicht weiter verwunderlich, sehr koabhängig agieren, vor allem, wenn sie auch sehen, wie Leute, also ich hab dieses ganze, ähm, Water-Breezing da wirklich wie eine Bestrafung erfunden von jemand, der sich gegen sie stellt und das ist einfach, äh, so missbräuchlich und, ähm, meiner Meinung nach und, äh, sie kuscheln da auch alle vor ihr so, ne, ja. Ja, dann, äh, kommen wir wieder, wenn ihr das erste geguckt habt, äh, meine erste Folge geht es um diese Juliana aus Deutschland, ähm, die da reinkommt in diese Gruppe und die eine Beziehung hat zu Blake und Blake ist, äh, der schon ewig da in dieser Gruppe, das ist der erste, ähm, Partner Mann von, äh, Thiel Swans, der dann aber auf eine sehr koabhängige Weise offensichtlich bei ihr geblieben ist und, äh, nicht weg, nicht weggehen konnte, durfte von ihr womöglich und, ähm, weiß ich nicht, ja, und die machen eine Beziehung und man sieht, dass das Thiel Swans einfach überhaupt nicht gefällt, weil es dreht sich natürlich alles um sie und wenn er dann ihr Ex-Mann, also sie hat natürlich, äh, 12, 13, hat sie auch gesagt, Beziehungen in der Zwischenzeit, aber ja, für ihn gelten natürlich ein anderes Set von Regeln, ähm, naja, und erst, erst wirkt ihr das so, als wenn sie das so aufgenommen wird, die Juliana und die heiraten dann so nach drei Monaten, okay, drauf geschissen, ähm, und, äh, dann sieht man so ein Gruppentreffen, wo sie dann sagt, ja, sorry, du bist der Feind jetzt hier, Juliana, ne, und sie sitzt da wirklich wie, ja, gut, man, gut, mal klar, man weiß nicht genau, was passiert ist, aber sie wirkt wirklich völlig harmlos in dieser ganzen Doku und sie ist dann so völlig schockiert und so, äh, okay, was geht denn jetzt hier los und hat wirklich ein ganz schockiertes Gesicht und dann sagt noch jemand, ähm, why are you smirking, ne, also warum, warum, äh, grinst du jetzt so irgendwie und sie grinst einfach gar nicht, ne, also das ist, ach, und, äh, da macht Til Sworn was, ähm, was auch in der Gruppentherapie vorkommen kann, aber sie benutzt das, finde ich, sehr manipulativ, dass sie die Gruppe gegen sie hetzt, ne, dann sagt sie so, was denkst du denn über mich und dann sagt sie so, ja, okay, was, äh, was denkt denn die Gruppe über dich so, ne, und dann, klar, äh, kuscheln sie natürlich wieder alle, ich hab sowas auch schon erlebt, ach, das ist wirklich, äh, äh, und hacken alle ein bisschen auf hier rum und in der Zeit schreibt, äh, Til Sworn so ne, weiß ich nicht, seitenlange Liste auf, was sie wo alles über sie denkt, ähm, und sie wäre eine narzisstische Hexe und ich weiß nicht was, wo ich eigentlich, das hat sie natürlich nie gesagt, aber wo ich eigentlich sagen würde, naja gut, lassen wir das, ähm, und ist einfach irgendwie, wie, wie, wieder so ein Tribunal, weil, ja, sie soll halt irgendwie, weiß ich nicht, raus oder, äh, scheinbar, es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie kritisiert hätte den ganzen Prozess, da, was ja total gesund ist und, ja, es geht natürlich nicht, aber klar, kann man natürlich auch nicht halten, ne, in so einer Gruppe, ne. Ja, dann, äh, was man kaum glauben konnte, ist nicht so, dass der Blake sich etwa gegen diese Juliana stellt, sondern der setzt sich zu ihr und, und signalisiert so, hey, ich, äh, äh, so, ich, ich, du bist meine Frau, ich stehe zu dir irgendwie und, äh, das führt dann dazu, ja, dass sie, ob sie jetzt müssen oder wollen, dass sie dann diese Gruppe verlassen und da ist natürlich auch nicht so, dass sie einfach gehen dürfen, das ist ja immer, das hat ja immer ein bisschen was Sektenmäßiges, so, also ist auch für Gruppenprozesse wirklich ein absolutes No-No, dass du nicht gehen darfst und, äh, ja, dann, äh, während er dann geht, was er auch so ganz, kann ich auch verstehen, so ganz co-abhängig macht, nimmt sie dann noch so in den Arm und ich liebe dich und, äh, sagt sie halt, äh, ja, ich denke, du bist total schwach und du hast keine Ehre und du gehst einen schwachen Weg und, äh, du bist ein Loser und wirst es immer sein, also, wirklich, grauvoll, ey, echt, wirklich. Ähm, und man sieht dann auch, äh, was man ja schon vermutet die ganze Zeit, dass, äh, Teals von vielleicht doch auch sehr schwerwiegende psychische Issues hat, sag ich jetzt mal, ähm, und so mit Situationen, wo sie scheinbar verlassen wird, weil es sind immer noch 20 Leute da, aber, äh, einfach nicht umgehen kann und dann um sich schlägt und dann, äh, dass sie halt sagt, äh, hey, du hast dein Versprechen gebrochen, ja, was für ein Versprechen, dass er jetzt ein Leben lang bei ihr bleiben soll, keine Beziehung mehr mit ihr hat, während sie zig andere Beziehungen hat, ach, das ist einfach so krass, ey, wirklich, ey. Ja, und dann sieht man, wie die gehen beide und ihre Goldfische mitnehmen, man ist auch wirklich wie so ein Film gefilmt, man sieht diese Goldfische auch am Anfang einmal und sie haben die Goldfische, ähm, in so einem Eimer und dann will er, geht er in seine eigene neue Wohnung und dann will er die Goldfische da einsetzen und, ja, dann sieht man halt, dass sie alle tot sind und wird dann auch so, man fragt sich, warum sind diese Fische jetzt tot und, ja, mein Gott. Okay, ähm, ja, und das Letzte, was man da noch sieht, ist, ähm, ja, dass dann die Gruppe ohne Blake und Juliana sich wieder findet und sich weiter radikalisiert, ähm, Teels von dann halt sagt, äh, okay, das war ja jetzt eine negative Erfahrung und wir müssen einfach noch härtere, ähm, non-negotiables hier aufsetzen und dann, äh, vereinbaren die ernsthaft, dass die Leute, die da sind, dass sie keine Kinder haben dürfen, weil das geht ja nicht, dass Teels von von Kindergeschrei geweckt wird in der Nacht und, äh, ja, es wird zwar nicht so direkt gesagt, aber zwischen den Zeilen wird auch gesagt, also Partner am besten auch nicht und, ähm, ja, also das spätestens da ist es klar, dass das auf jeden Fall sektenmäßig ist und, ach, ganz schlimm, ey, ganz schlimm. Ja, und dann wird noch ein bisschen gezeigt, wie Teels von sagt, ja, sie wäre, ähm, die ganze Welt hätte eine Loneliness-Epidemik, also eine Einsamkeitsepidemie, ja, mag sein, aber ich glaube, das sind vor allen Dingen Teels von's Themen und, ähm, ja, sie will die Welt vereinen und was macht sie? Sie spaltet nur, sie spaltet und sie spaltet und sie spaltet irgendwie, ne? Was ich ja vielen spirituellen Vorwerfe und vorgeworfen habe, auch gerade in dieser, äh, Corona-Zeit, äh, dass, klar, es ist eine Zeit für vielleicht spirituellen Content, aber nicht für einen, der spaltet weiter, das ist, das habe ich auch in meinem Buch, ne, ausführlich beschrieben, neue Dimensionen der Liebe, das Spalten ist eben 3D und ist eben nicht 5D, du kannst dich einfach spalten, 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 äh, Leuten ihre Wahrnehmung nehmen, sie fertig machen, sie bestrafen und dann sagen, ich bin spirituelle Heilerin, das ist einfach crazy, aber scheinbar, also das ist für mich auch schwer erträglich, muss ich wirklich sagen, dass ich, hab selber einen Spaß an diesem Bereich, aber wenn man sieht, wie der Teise zugrunde gerichtet wird von Leuten, die, ähm, total im Ego sind, sich nur um sich drehen, ihre eigenen, äh, unaufgelösten Themen auf andere projizieren, ohne Ausbildung arbeiten, äh, spalten, ähm, Leuten Ängste machen, also das, da bin ich komplett dagegen, das ist wirklich, das kann, das kann echt nicht der Weg sein, Leute, also ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, ich hab euch nicht, ähm, zu sehr angetriggert, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich muss diese Videos einfach machen, ne, gerade weil ich auch in dem Bereich gerne unterwegs bin und, ähm, ach ja, eine Sache, äh, hatte ich auch noch zum Kommentar gelesen, ähm, ja, wenn, wenn Thiel Sworn so ein, äh, Übermensch ist und übersinnliche Fähigkeiten hat und, äh, hell fühle ich, hell sichtig, hell dies, hell das, wieso hat sie nicht vorhergesehen, dass diese Doku vielleicht nicht zu ihrem Besten ist, okay, war ein cooler Körper. Ja, ich hab mir auch noch mal, äh, ein Interview mit diesen Filmmachern angehört, haben die gesagt, was ja auch deutlich wird, dass das die drei Jahre da waren, das ist mir erst gar nicht so klar, und dass sich die Perspektive dieser Filmmacher auch, ähm, geändert hat über die Zeit, dass sie das auch zunehmend dunkel fanden, äh, am Ende, aber gut, letzten Endes, äh, leben wir in einer Zeit, wo es, glaube ich, mehr um Selbstverantwortung geht, ähm, wie gesagt, das werden bestimmt ganz viele weiter sagen, dass sie ihnen geholfen hat, ich frage mich halt immer nur, warum, warum muss man so arrogant sein, zu sagen, ich brauche keine Ausbildung, wie gesagt, die kann ja, weiß ich nicht, muss jeder selber wissen, was er anbietet, aber, äh, wieso muss man so arrogant sein, zu sagen, ich brauche keine Ausbildung, mit der sie wirklich viele Situationen lösen könnte, denke ich so, ne, ähm, aber gut, letzten Endes muss man sich um sie keine Sorgen machen, weil, wenn du deine Basis, ähm, so hast, wie sie sie hat, äh, dann führt eigentlich jeder Skandal eigentlich immer nur dazu, dass man noch mehr Follower kriegt, und so ist das halt, du kannst zwar Leute canceln, die, äh, was sehe ich, dass sie keine Filme mehr kriegen, oder was, aber, ähm, ja, ich bin auch kein Freund so der Cancel-Kultur, aber, ja, schon der, der Information, und, ja, also ich kann ja nicht das Gleiche sagen, was diese Filmemacher gesagt haben, ja, das, äh, steht halt da für sich, was wir da jetzt gemacht haben, und jeder muss da seine eigene Wertung für finden, so, ne, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, echt. Musik